ein wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen video und nach langer langer zeit entschuldigung noch mal dafür aber ich hatte einiges zu tun nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder back in the game und unterwegs nach baden-württemberg genauer gesagt nach esslingen zu oliver schmidt mit der lieben karo oliver schmidt ist wahrscheinlich einer der besten gegenlichtfotografen ganz deutschland ich bin mal gespannt ich bin sein versuchskaninchen was fashion und street style und sowas angeht von daher seid gespannt ich nehme euch jetzt mit so wir haben jetzt alle sachen gepackt und wir fahren jetzt auf jeden fall zur ersten location aber ich bin natürlich das mega foto model und habe die hälfte meiner klamotten vergessen deswegen fahren jetzt erstmal zu kick und kaufen t shirts ja Scheiße, wirklich jetzt? Ah, hier ist Kick. Fruit of the Loom. Mensch, das ist ja fast dieselbe Qualität wie bei Antisocial. Und das bei Kick für 1,99. Kleiner Insider-Tipp, falls ihr mal ein Essling seid, geht zu Kick. Richtig geile Location. Hallo. 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 So, die Sonne geht jetzt fast unter und wir müssen uns jetzt beeilen. Wir fahren jetzt auf irgendeinen Weinberg und werden da noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen des Tages einfangen und wir haben eigentlich soweit alles fertig hier zumindest und bin gespannt, wie da oben die Atmosphäre ist. Wir sind jetzt auf dem Berg oben angekommen und sind jetzt hier vielleicht am Schuten. Das ist natürlich eine mega Kulisse hier und wir haben schon die ersten Bilder zusammen gemacht und jetzt bin ich gleich noch dran und dann geht es nach Hause bzw. gehen wir noch auf jeden Fall was essen. Bis nachher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. so es ist kurz vor zwölf glaube ich und wir sind jetzt gerade vom restaurant wieder rein aber das wird auf jeden fall eine kurze nacht jetzt heißt ab ins bett und morgen früh geht zu marcel von hollywood und ich wünsche euch eine gute nacht wir sehen uns morgen